Wir sind heute auf der Asphaltmischanlage der Amasar in Schmelz, die auch zum Teil der Ditken Gruppe gehört. Und ich spreche mit wem? Marc Klauber. Hallo Marc, grüße dich. Du bist hier zuständig für was? Ich bin hier zuständig für die Asphaltmischanlage. Ich bediene die Anlage und mische den Asphalt und verlade auch die Fahrzeuge. Okay, super. Das sieht man hier. Der Marc hat zwei, drei Riesenmonitore da, wo alles eingestellt wird. Das geht dann da draußen raus. Der LKW steht schon da. Der wartet schon sehnsüchtig auf seinen Asphalt. Dann würde ich sagen, okay Marc, leg mal los, dann führen wir die Vollfüllung durch und ich schaue mir das von draußen an.